Die 1000 Euro Challenge. Wie kann man 1000 Euro am besten in Pokémon investieren? Mit dem Zeithorizont 6 bzw. 12 Monate. Ich zeige euch heute, was ich für das Geld kaufen würde. Let's go! Ja und Grüße gehen raus an die Pokéhebis Community. Die Kollegen, deren Channel ich auch nochmal in der Beschreibung verlinkt habe, haben mir zu der Challenge aufgerufen und die Challenge nehme ich natürlich super gerne an, aber schauen wir kurz selber nochmal rein. Vor allem, ich möchte ja euch herausfordern und auch andere Content Creator auf YouTube und anderen Plattformen, sich an der Challenge zu beteiligen und hier ein virtuelles Portfolio zumindest zu kreieren, um zu schauen, welches dann in einem Jahr oder in den nächsten Jahren einfach besser performt. Zu den Spielregeln, wie ihr da mitmachen könnt, komme ich dann am Ende nochmal genauer. Gehen wir aber jetzt rein in die Spielregeln, die ich mir überlegt habe. Und zwar, es sollte in dem Portfolio mindestens eine Trainerbox drin sein, mindestens eine Boosterbox und mindestens eine Karte und es darf maximal ein Produkt doppelt ausgewählt sein. Das heißt, ein Produkt kann man doppelt sich ins Portfolio legen, aber ansonsten sollte kein Set doppelt vertreten sein. Das heißt, bis auf das Produkt, das man doppelt auswählen kann, sollten alle Produkte aus unterschiedlichen Sets kommen. Und ich denke, das macht es ja aus, eben hier möglichst breit aufgestellt zu sein. Ich habe so ein bisschen auch den Blick mit kurz- und langfristigen Ertragsmöglichkeiten gehabt. Und Sprachen sind erlaubt Englisch, Deutsch und Japanisch. Und ich orientiere mich, und das ist auch für den Wettbewerb sozusagen, oder für die Challenge an den Card Market Preisen, an den Bestangeboten, wo es aber eben eine Mindestmenge zu dem Preis von drei Stück gibt. Spielregeln sind klar, dann schauen wir mal, welche Produkte ich mir rausgesucht habe. Und wir starten mit einem meiner absoluten Lieblingsprodukte, und das ist die Elite Trainerbox aus Hidden Fates. Ja, Hidden Fates ist für mich ein Set, was in letzter Zeit ein Stückchen zu kurz gekommen ist. Alle sprechen nur über Schwert und Schild, sprechen nur über Tag-Team-Karten. Aber Hidden Fates, einfach ein legendäres Set, wie ich finde. Für mich immer noch das beste Set der Neuzeit. Und hier mit 127,50 Euro. Die Box würde ich mir auf jeden Fall ins Portfolio packen. Allein die ganzen Shinies, die wir hier drin haben, auch mit dem legendären Glurak, ist für mich einfach ein Banger-Set. Und das kann für mich im Wert nur nach oben gehen. Auch wenn wir sehen, die letzte Zeit ist es relativ preisstabil. Aber irgendwann wird der Punkt kommen, an dem dieses Set durch die Decke gehen wird. Aber ich habe mir nicht nur eine ETB ins Portfolio gelegt, sondern auch noch eine zweite. Und hier habe ich mich für Brilliant Stars entschieden. Und zwar nicht für die normale ETB, sondern für die Pokémon Center exklusive ETB. Die finde ich verhältnismäßig mit 80 Euro sehr, sehr günstig. Hätte ich tatsächlich nicht erwartet. Wenn man mal sich die anderen Pokémon Center ETBs anschaut, sieht man, die sind alle deutlich höher. Und deswegen fällt hier meine Wahl auf Brilliant Stars. Die Displaypreise sind ja schon enorm nach oben gegangen. Aber ich erwarte dasselbe auch natürlich für diese ETB. Und beim dritten Produkt würde ich meinen Joker ziehen, V-Star Universe. Hier für 84 Euro. Das würde ich mir tatsächlich zweimal ins Portfolio legen. Ich habe nicht das Gefühl, dass hier noch groß ein Reprint kommen wird. Kann mich natürlich auch täuschen. Aber insgesamt, es gibt nicht viel Downside bei dem Produkt. Also selbst wenn ein Reprint kommt, unter 60 Euro wird dieses Ding niemals fallen. Da müsste ich mich extrem täuschen. Und deswegen glaube ich, wir haben hier ganz, ganz schnell wieder die 100 Euro geknackt. Und deshalb dieses Produkt für mich jetzt noch ein Schnapper. Lege ich mir auf jeden Fall zweimal rein. Wenn wir schon bei den Displays sind, ich scheine mich hier im Investment auf die japanischen zu fokussieren. Wir sehen ja, alle japanischen Displays gehen gerade durch die Decke. Sei es Dreamleague oder Attack Bolt oder sonstige Sets. Aber ein Set hinkt für mich etwas hinterher. Und das ist Remix Bout. Ja, Remix Bout hat alle Kanto-Starter mit dabei. Wir haben Beast of Law, wir haben Tourtalk, wir haben auch das Glurak. Also hier extrem coole Karten, die ich extrem feiere. Und 200 Euro für dieses Display finde ich tatsächlich im Verhältnis zu den anderen, muss man dazu sagen, noch super underrated. Deswegen hier auf jeden Fall ein Exemplar in meinen Warenkorb. Ja, und jetzt kann man ja von Kamesin und Purpur halten, was man möchte. Aber schaut es euch an. 100 Euro hier für das Display aus Kamesin und Purpur. 100 Euro, das ist für mich ein absoluter No-Brainer. Den musste ich mir ins Portfolio legen. Direkt reinkassiert, auf geht's. 100 Euro, auch hier. Das kann eigentlich nur nach oben gehen. Wir haben es bei den Schwert- und Schild-Displays gesehen. Ja, man kann die eher nicht eins zu eins vergleichen. Aber trotzdem, ich glaube, 100 Euro für eine Boosterbox ist immer überragend gut. Und deswegen hier auch ganz klar Kauf für mich. Ja, soweit mal meine Sealed-Produkte. Dann kommen wir noch zu den drei Einzelkarten, die ich mir ausgesucht habe. Und ich fange mit einem alternativen Artwork an, nämlich mit dem Rayquaza V aus Evolving Skies. Auch hier die englische Variante für 100 Euro, die in mein Portfolio geht. Die Karte ist meiner Meinung nach auch noch underrated und hat extremes Potenzial nach oben. Vom Artwork her finde ich sie tatsächlich besser als die V-Max-Karte. Die V-Volving Skies wird kaum noch gerippt und deswegen hier für mich auch klar, dass diese Karte ganz gute Chancen hat, auch im Wert zu steigen. Aktuell bei 100 Euro finde ich fair. Und mal gucken, was wir in sechs beziehungsweise zwölf Monaten an Preisentwicklung sehen. Eine Karte, die in Amerika schon steil gegangen ist, bei uns noch nicht so ganz, ist das Logok V-Max in der alternativen Variante. Hier 143 Euro und 45 Cent. Ja, wenn man den Markt ein bisschen verfolgt, dann weiß man, in den USA fangen die Produkte meistens zuerst anzusteigen, bevor sie dann bei uns tatsächlich auch nachziehen. Und deswegen erwarte ich mir das auch von dem Logok. Ja, ich hoffe, das fällt in unserem Bewertungszeitraum von sechs bis zwölf Monaten. Vorhin habe ich sie schon mal kurz anklingen lassen, die Tag-Team-Karten. Und hier habe ich mich für eine besondere entschieden. Ich habe mich nämlich für das Nachthara und das Darkrai entschieden. Und zwar hier für die Full-Art-Version. Warum gerade diese Karte? Ja, diese Karte ist exklusiv in Japan erschienen, also in Tag Team Allstars GX. Die gibt es bei uns so nicht und wir kennen alle den Hype, der gerade um Nachthara entsteht. Und deswegen waren das zwei Faktoren. Die Exklusivität, dass sie eben nur auf Japanisch vorhanden ist, plus das Pokémon Nachthara, welches mich zu diesem Kauf bewegt hat. 80 Euro hier für diese Karte. Da kann ich mir auch vorstellen, dass wir hier schnell das Doppelte sehen. Einziger Kritikpunkt, der wahrscheinlich kommen mag. Es gibt hier nur acht Exemplare, aber da muss man mal schauen, wie sich diese Karte auch auf Card Market entwickelt. Aber das können wir uns ja dann anschauen, wenn wir tatsächlich mal einen Strich unter unser Portfolio machen. Ja, vor meinem restlichen Geld gehe ich noch Eis essen. Also habe ich dann somit auch aufgebraucht, jetzt wenn der Sommer wieder vor der Tür steht. Richtig coole Challenge. Pokehabies, vielen, vielen Dank für die Herausforderung. Ich bin gespannt, wie sich unsere Portfolios entwickeln werden. Bin gespannt, wer noch alles mitmacht. Und der Aufruf geht natürlich auch gern an euch weiter. Stellt gerne euer 1000 Euro Portfolio zusammen und lasst mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich gebe das Ganze dann gesammelt natürlich an Pokehabies weiter. Und dann schauen wir mal am Ende des Tages, wie sich unsere Portfolios entwickelt haben. Ich finde es mega interessant, mal so den richtigen Investmentgedanken hier mit reinzubringen und mal mit so einem Spieldepot zu agieren. Freue mich auf die Ergebnisse in sechs bis zwölf Monaten. So weit mein Portfolio. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen, lasst gerne ein Abo da und schaut gerne auch nochmal bei den Kollegen von Pokehabies vorbei. Machen auch super coolen Content. Vor allem der Investmentgedanke steht bei den Kollegen immer sehr, sehr stark im Fokus. Gefällt mir sehr, macht mir immer Spaß anzuschauen. Deswegen gerne mal rüber switchen und auch dort ein Abo dalassen, sofern ihr es noch nicht habt. Mir war es ein inneres Blumenpflücken, dieses Portfolio zusammenzustellen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin raus und ciao. Ciao.